ja Johann leute was geht wir kommen heute zum let's play wir spielen heute happy wheels ich dachte mir das wäre eigentlich so ganz gut so als erstes let's play auf meinem kanal und da würde ich sagen fangmann extreme bmx von dummen gruben immer noch gleich mal den daddy so und man oh 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 sind wir doch schon mal ganz gut dabei ein bisschen schnell oh 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 ja ja oh 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 ohne tod juckt mich aber nicht oh 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 ja 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 so muss det ä proof amended kleine spazierfahrt hier und einen frischen saldo und da war unser a juckt uns aber nicht ja not bad so dann wollen wir mal gucken was können wir noch zwar nur ein stern aber ich finde man sollte hier mal gucken von daniel super wen habe ich jetzt was ich bin sehr gut ja ein bisschen andoff und yippie kaya ja und das versuchen wir nochmal ich habe eine idee wir versuchen es mal mit einem anderen charakter ich favorisiere sowieso den paar mit dem sohnermann weil die haben so ein cooles los so und dann schaust du für mich los kommt schon noch die paar meter los los komm los und ja inoffiziell aber weil wir so nette Typen sind und fair play oh nö oh nö verdammt komm einmal können wir es noch versuchen das war nicht schlecht nur wir sind einfach zu schlecht gewesen naja so wollen wir mal gucken epic run hat dreieinhalb sterne schein gut zu sein von the bd guy ok das haben wir jetzt ein bisschen anlauf und yeah oh 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 mine oh oh nein das sollte so nicht laufen am besten versuch es einfach nochmal ich scheitere schon an der ersten kante B- scrub bl cuadern trotz meiner B-遊 was zum fiq war das hat das gesehen das war polis Original A-Mobile Also ich würde sagen, zwei Level werden wir noch schaffen und oh, Can You Do It von Kill Your Cutsch, welch fabulöser Name. Ja, das geht besser, eindeutig besser. Ja, das sollte so nicht laufen, aber ich glaube, ich krieg' glatt hin. Ja, das geht besser. Oh, ho, 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 ho. da das war nicht so gott als nur fleischwunde vielleicht krieg ich den rückenschutz Schmackhaft, aber... Ne. Ja, ja, not bad. Okay. Nice, dadurch bin ich jetzt gestorben, ach, das ist doch... Ja, komm, letztes Level, letzter Versuch, noch überhaupt irgendwas zu reißen und meine Ehre hier noch rauszukriegen. Pokémon Quest. Popo Popa. Vertraut an? Mal sehen. Ich will allerbeste sein, die keiner voran. Ganz allein fang ich sie, ich kenne die Gefahr. Pokémon Quest. Woah, ne, 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 was steckt da? Okay, oh, okay. Okay. Oh, das war die falsche Tasse. Ja. Ah, ja, ich kenne. Und das ist das Pokémon. Okay. Was ist denn? Oh, Pokémon. Oh, nein, 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 was war, was war, was, 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 nein, 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 ich bin los, ich bin los. Nein. Tja, wäre hier ohne, das Pokémon hat uns gefallen. Whoever soll das nochmal. Tobsi. Yeah, ein Tobsi. Ehhhh, Pokémon. ich sollte an dieser stelle eindeutig besser auf ja ich komme immer in die selbe stelle ich muss mich einfach besser anstellen das ding macht mir angst jürgen ist doch nicht wahr letzter versuch last try pokémon los schnapp sie die die mein besser freund retten wir die welt ja wir haben eine verfickte schaukel ja ich weiß ich sollte eigentlich schon längst jetzt auch war schon längst wende aber dieses dieses level sport mich einfach an ich möchte diesen scheiß baum ich kann dieses pokémon nicht genau kennen schreibt so meine kommentare wenn wir sehen ok leute das war es dann heute mal für das war es dann für heute mit der vieles ich wünsche euch noch ein fabulös, wunderschön, schmackotastisch Abend.